hey redest du mit mir ja und damit herzlich willkommen zurück zu lies beneath wir sind hier im lagerfeuer stehen geblieben haben gespeichert und ja der himmel ist immer sehr diesig oder naja gut dann müssen wir weiter aber welche richtung wir sind von wo gekommen haben wir vergessen ich glaube wir sind von da gekommen und gehen jetzt einfach mal hier lang weiter was ach gucke an eine axt mir sicher jemand hat das absichtlich verrammelt ein paar hiebe und ich bin meinem zuhause einen schritt näher ja es ist natürlich unpraktisch dass der filter drin ist naja bisschen weg zehrung ist immer gut so hände offen halten sonst habe ich das gleich wieder alles in der hand lasst uns weitergehen macht mir das jetzt angst sollte muss das ausprobieren das geht aber es hier wollte reine kam da aber nicht weil wir müssen darum gut ok wie kommen wir dahin das dumme ist von den geräuschen da klingt es als wäre der ganz woanders ok das sind ein paar viele lecker okay ja wir haben wohl keine munition mehr damit hätte man rechnen müssen also bleiben wir einfach mal mit der axt bewaffnet sind wir verwundet nein gut wir finden ja auch keine munition also es ist nicht beabsichtigt dass wir hier gegen die jungs kämpfen mit waffen haha seh dich warte mal oh toll ein apfel nicht dass ich mich beschwere aber naja da ist ein apfel wer wo komm nimm meinen feuchshalber mal mit da drüben ok ok wir müssen zurück na hi hajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja pillen ist du so so k ja doch jetzt ist er links von mir auch wieder stimmt jetzt auf einmal hinter mir das tut weh junge oder mädel immer noch nicht so sicher ist jetzt natürlich nicht so bei es gab oder bei elix wo man die sachen wieder zurückziehen kann aber hey besser als nichts naja ein bisschen verwundet danke ja hi na komm tschuldigung mir war gerade danach mir raten jetzt ein apfel brot lecker sandwich das ist ja schon verschimmelt was bist du elfenbein schatulle ein roval munition am lagerfeuer freigeschaltet aha okay wenn ich das irgendwie okay erinnerungsstück wurde in der sammlung aufgenommen sehr schön gut glaube es ist beabsichtigt dass wir hier keine munition mehr haben oder kann man die eigentlich auch entschuldigung weit versuch wert ich halte sie mal vor ich habe eine hand nicht wundern wenn ich öfters mal nach oben schaue ich habe da einen kleinen timer laufende milch die folgen ungefähr mal abpassen kann wo geht es denn jetzt hier weiter hier ne ja das ist eine gute idee zu laufen ok wieder kleine tipps an einem sonnigen tag kann man von hier aus den leuchtturm sehen meine familie kümmert sich schon seit generationen um den leuchtturm der etwa der leuchtturmwetter solange ich denken kann wer bitte da dad bitte da gibt es noch eine kiste ne aber wir machen erstmal hier ich kann den leuchtturm doch sehen ähm da kümmern wir uns später drum oh ein apfel ich hatte ja mit munition gerechnet ach du ich glaube das ding lebt nochmal ok das geht also auch oh was moment aha cool was ist das musst du da nicht eigentlich durchfallen so äh gib mal her wieder das ist meine ach 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 vergessen du bist du kannst du jetzt mal sterben okay das ist so warum habe ich jetzt den revolver fallen lassen ach jetzt ist munition da toll kaboom das wollte ich sehen ja toll okay so langsam kriegen wir hin also ich kann nicht einfach drüber laufen ja sieht gut aus maximal munition auch das noch kommt hier noch wer was mich raten da ist ein apfel drin oder irgendwas an rot brauchen wir das ja zwar wieder das verschimmelte brot aber es scheint wohl zu helfen so weiter geht's wir sollten munition mitnehmen da lag nämlich noch was ne munition hat wieder maximum gut haben wir jetzt alle die uns entgegen kommen ja was ein sturm muss diese treppen ausgespült haben gut wir können wieder speichern sehr schön anstrengend hier was leuchtet da rot okay eine creme mit led augen was hat jetzt gerade so rumgebrüllt unter dem eis vielleicht das ist eine fledermaus okay gut okay kaufschuss alleine reicht nicht wo wir können auch im fluss versinken so wie es aussieht okay also ins eis einbrechen wow das ist alles sehr vertrauenserweckend was bedeutet dieses okay ist weg oh ja munition wieso kann man immer so wenig mitnehmen haben wir so geringe taschen ja immer schön vorsichtig wien tusch hi bist du böse sitze Muss das denn immer sein? Dass die einfach so verschwinden? Warum? Oh. Krack. Oh, what? Halt, Stopp. Komm mal her. Wo ist meine Axt? Oh, Hilfe. Oh, Leute. Okay, ich muss wohl schießen. Ah, toll. Weil, äh, ich bin gerade etwas in Bedrängnis, glaube ich. Uhu. Okay. Ja, das habe ich gemerkt. Dies mit Hilfe in das Feuerzeug. Aha. Oh. Ähm. Okay. Das war aber noch keine gute Idee, da reinzugehen. Äh, ach, hier sind wir. Okay. 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 Ach, toll. Das bringt ja alles überhaupt nichts. Ich dachte, ich kann es doch irgendwo reinpacken. Wir kriegen aber noch Slots, ne? Glaube ich. Wenn ich hier, da und da, gibt es auf jeden Fall noch Slots. Oh, die Treppen wurden weggespült. Oh. Okay, die fliegen einfach noch vorbei. Gut, da können wir Munition sparen. Gut. Bezielte Kopfschüsse. Verschwinde. Hm. Hm, Mist. Gehst du jetzt Kopf? Gut. Hallo. Ach, nochmal richtig rein. Was ist denn hier los? Okay. Wieder Munition, Max, ne? Ja, genau. Ich habe die Munition von Max. So, das müssen wir noch ein bisschen üben. Okay. So, jetzt ist sie da wieder. Na? Okay. Munitionsverschwendung. Jetzt gehe ich hier vorbei und weg ist sie. Gut. Hier gab es nichts. Wir müssen da rein. Okay. Wir lassen das Feuerzeug mal an. Upsi. So, jetzt kam Pippi gleich nach vorne. Genau. Komm, ganz hin. Okay. So, noch haben wir ein Pippi. Nein. Na? Boah, wieso geht das denn? Haben wir jetzt alle? Nein, haben wir nicht. Geht das jetzt ewig so weiter? Mann. Das ist nachladen. Ah. Okay. Was muss ich denn tun? Ich kann doch nicht die ganze Zeit gegen euch kämpfen hier. Hallo? Den Schein. Diese Axt nichts auszumachen. Was soll denn das? Ja, klar. Okay. Na toll. Hier haben wir noch ein Pippi. Wo ist meine Axt? Okay, das. Puh. So, jetzt muss ich erstmal meine Sachen wieder suchen. Hier ist meine Gestole. Aber wo ist die Axt? Oh, oh. Oh, oh. Wo ist die Axt? Hat sie sich jetzt mit dem aufgelöst? Nein. Puh. 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 Wo? Gehen wir mal schnell Munition holen, oder? Ach, das war so weit weg. Mal was zu essen, wäre jetzt auch nicht schlecht. Hi. Na komm her. Ja. So, jetzt hätte ich aber doch noch gerne was zu essen hier. Wo ich da reingehe. Wer weiß, was da passiert. Gut. 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 Ich bin zu Hause. Das ist wirklich sehr beunruhigend. War mir gestern auch irgendwas zu essen geben. Aber Munition gibt's hier. Ich könnte zurücklaufen und die andere Munition holen, ne? Ich glaube das mache ich auch mal. Ach, brauche ich nicht. Hab ich wieder Max. Gut. Na gut, ich bin wieder Max. Ja, wäre jetzt wieder ein schöner Cliffhanger, aber die Zeit ist noch nicht um. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal rein. Die Augen geradeaus. Okay, sollten Dinge aus Kindertagen für Erwachsene nicht kleiner aussehen, dieser Ohr türmt sich immer noch wie ein Berg über mir auf. Ich fühle mich fast kleiner. Hm, geht eigentlich. Kann man hier was machen? Tschak. Gut, ich muss wohl da. Es gibt was zu essen. Oh, Thunfisch. Eigentlich mag ich da keinen Thunfisch, aber mit Dose gegessen. Sehr gesund. Das jetzt. Achso. Munition. Ich dachte, es sah gerade anders aus. Es ist eiskalt. Ich sollte ein Feuer anmachen. Ja, mach mal. Ist hier was drin? Nein. Ich dachte, das wäre ein Stück Papier oder sowas, nur ein Schatten. Gut, dann machen wir mal ein bisschen Licht. Ah. Das ist aber so einfach wäre, ein Feuer anzuzünden. So. Ja, hier sind wir. Das ist das. Gucken wir gleich. Gucken wir uns erstmal. Okay, das ist ein sehr schönes Bett. Doch eine sehr schöne Hütte und sehr aufgeräumt. Ich muss schon sagen. Guck mal, das ist wohl ein Familienfoto. Hmhm. Stachel am Lagerfeuer freigeschaltet. Okay. Gut. Gut. Gut, gut. Können wir Bücher lesen? Nein, wir können sie nicht mal nehmen. Was bist du? Ach, du sollst bestimmt eine Kerze sein. Oh. Dauert aber echt lange, das Ding kaputt zu kriegen. Ein Buch. Lokale Gegenden. Plus eins Revolver Munition am Lagerfeuer freigeschaltet. Okay. Hier ist das Lagerfeuer. Naja, ist eigentlich... Das heißt, kann ich jetzt noch eine Kiste aufnehmen? Nö. Na, super. 18 Schuss. Gut zu wissen. Ja, da sind wir wieder an dem Speicherpunkt angekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Folge wirklich schon eine halbe Stunde läuft. Aber es ist ein guter Punkt, halt mir mal zu unterbrechen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, sagt euer Zwambel Tschüss und Tüdelü. horrible. Vielen Dank.